Und es ist mal wieder, soweit wir sind da, bei dieser super geilen Musik und Super Mario Galaxy. Wie steuere ich dieses Spiel? Ich habe keine Ahnung. Woo! So ging der Long Jam. Ja! Letzte Mal an Super Flash Drive, das letzte Mal die 60 FPS in Deckung, dann ging es richtig rund. Und heute ist Runde 2, weil ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich tun müssen. Ich kann ja nicht mal auf der Karte gucken, vielleicht sehen wir ja was. Äh, was haben wir denn? Was sagt die Karte? Die Karte sagt, geh hier nicht weiter. Was sagst du denn? Wo ist die Karte? Ja, ich weiß. Schlafzimmer ist neu. Okay. Schwimmland. Glasstrand. Hier fehlt auch noch der, ähm... Der, ach wie heißt der? Der, der, der Vielfraße. Fett sagt er eben. Es sieht, wir, wir machen mal, wir schauen mal in die Küche. Ich licht es wieder an, hurra! Schauen wir mal kurz in die Küche. Wie machen wir das am besten? So, auf jeden Fall nicht. Warte. Ich kann jetzt mit dem... Genau, es wird mir da oder in den Kommentaren gesagt, nur weil ich so viel aufnehmen, nehme voraus. Könnte ich darauf bisher nicht reagieren. Und zwar auf den Frontier. So, wie viel wolltest du? 600 oder so? 600, genau. Das können wir zusammen mit ein paar Kometen oder Sternen ja schnell verbinden. Was gibt's hier noch? Phantom. Galaxie. Ja, das können wir eigentlich machen. Testbar sagt man schon. Glasstrand, ja, das war das. Schwimmland. Ich versuche mal alles zu machen, weil warum nicht? Aber jetzt mal das hier. Ich meine, ich will wenigstens versuchen, die Schwimmland zu knacken. Also die Wasserlevel. Risiko. Das heißt, ich habe nur ein Leben. Kann das sein? Ich glaube schon. Weltall. Na, zeig mal her. Oh, das war nicht das mit dem Bosskampf, oder? Das. Das ist aber nicht dein Ernst, ne? Dieser Bosskampf mit einem Leben. Ich bin so im Arsch. Never. Nie im Leben schaffe ich das. So, aber wenn ich sowieso Sternteil brauche, dann nehm ich ihn noch mit. Warte. Bitte. Da war noch was oben, oder? Ja. So, jetzt aber. Ach, Sternteil kann ja gar nichts hief gehen. Wenn wir nur die erste, oder nur die ersten zwei Phasen, dann vielleicht noch. Sonst kann ich auch. Bin ich gerade echt runtergeschoben. Oh. Wow. Das ist, ähm, respektabel, möchte man sagen. Aber eigentlich ist das falsche Wort. Jetzt nochmal kommen. Ich bin nochmal an Sternteile mit. So kriegen wir auch 600, ne? Geht. Ich finde es gut, dass man diese Katzen übrigens nicht überspringen kann, aber ich würde die gerne noch 180 Mal sehen. Auf jeden Fall. Die Attacke muss ich erst aufladen. Äh, 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 äh. Äh, äh. Äh, äh. Und nächster Versuch. Ich versuch's jetzt noch keine Ahnung. Dreimal los. Und wenn's nicht klappt, dann verscheu ich den Kometen und auch was anderes. Das ist ja Schwachsinn. Zack. Oh nein. Toll. Blöde stark. Mit Mieten oder welche auch immer das sind. Okay. Super. Gegenseitig ausglöscht mit dem Bommel. Wunderbar. Geil. Nice. Jetzt kommt die dumme Phase. Toll. Genau das hab ich jetzt gebraucht. Auch das hab ich gebraucht. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt ge... Ver... Ich hasse schon gar keine Worte mehr für so'n Bullshit. Ja, natürlich muss ich den ganzen Boxkampf machen mit einem Leben. Das ist... Das ist einfach Schwachsinn. Entschuldigung. Das ist... Das ist Bullshit. Das... Das geht nicht. Ja, ey, Quatsch. Mach ich nicht. Kannst du vergessen. Ich verscheu' ich den Kometen und mach' irgendwas anderes. Kostet wie viel? 20 oder so? Die zahl' ich gerne. Nein! Alter! Ich wollte da wegspringen. Fuckin' Nee, sorry. Also, denkt euch meine Challenges aus, die nicht Schwachsinn sind. Bitte. Das ist unmachbar. So, wer von euch hat nochmal dieses Zeug versteckt? Du warst, ey. Nicht verschenkt, sondern verscheucht. Du warst das. Soll ich etwas? Nein. Bewegen. Bitte. 20 zahl' ich. Ja. Dann lass' ich mich nicht verarschen. Und los. Achso, jetzt ist gar keine mehr da. Okay. Von mir aus. Da kommen wir jetzt unseren Schwimmen-Galaxie-Scheiß-Widmen. Danke, dass du im Weg warst. Blödes Luma-Ding. Dumm, dumm. Autsch. Dumm, dumm, dumm. Nein. Yes. Okay. Und Abgang. Wenn's sein, muss man eben diesen Schwimm-Scheiß-Scheiß-Scheiß. Vorher ging's schon schlecht los. Kann's auch richtig schlecht weitergehen. Mit Wasser-Level. Also, nein. Machen wir doch Glasstrand. Wobei ich eigentlich dachte, wir haben da schon alles. Oder nee. Nein, warte, warte, warte. Die Strudelhöhle, genau. Ich glaub, ich hab die probiert. Das war dieses Jump'n'Run-Ding am Ende. Dieses Plädiaden, das hab ich nicht geschafft. Genau. Ich erinnere mich an dieses Ding. Genau. Nein, nicht nach vorne. Das wäre ja dumm. Asch, mich doch. Wo ich irgendwann den Meeressgrund... Genau, wie hab ich das gemacht? Im Panzer oder so? Ich glaube, das war eigentlich ein Panzer. Du da zum Beispiel. Ja, ich konnte ja irgendeinen nehmen. Ich hab keine Ahnung, wie man Panzer abschießt. Aber ist ja auch egal jetzt. Mit Zweikraft kommen wir hier sicher ganz toll durch. Also, willst du nach oben gehen? Hallo? Bist du dumm? Mario, bist du tatsächlich geistig behindert? Das ist eine legitime Frage, bei dem, was er gerade abliefert hat. Ernstens. Sternteile. Nice. Oh, Leben. Sehr gut. Und bitte. Hier war der Teleport drin, oder? Kann das sein? Oh, okay. Wer kann, Freundin? Wer, der? So, möchte ich das Leben haben? Weiß nicht. Ich möchte auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich versuche, vorsichtig zu sein. Geh weg, okay. Okay. Das Leben riskiere ich nicht. Hier konnte ich sicher stehen. Weiß ich auch noch. Na komm. Na komm, Junge. Jetzt hätte ich ewig Zeit, ne? Okay. Und weiter. Das Ding ist, ich habe mir das letzte Mal einfach nicht die Zeit genommen dafür. Und das war mein Problem. Das muss ich diesmal machen. Also auch nicht zu viel Zeit, ne? Aber so ein bisschen. Okay. War das eine Abkürzung, oder was war das? Äh, okay. Der geht in die andere Richtung. Gut. Bin mir nicht sicher. Das Leben will ich nicht. Ganz ruhig. Zeit, möchte ich mir nehmen. Das wäre wahrscheinlich irgendeine Abkürzung, oder so, kann das sein. Jetzt war es. Oh, nein, nein, nein. Okay. Hier stehen wir sicher. Das nehme ich gern mit. Power-up. Oh ja, Sternteile. Sichtig. Ähm. Oh. Glück gehabt, dass ich nicht... Das wäre... ...unschön geendet. Okay, hier. Kann ich warten. Bin ich nicht ein wenig bald mal da? Das gibt's doch gar nicht. Hallo. Beeil dich. Also ein Speedrun ist es hier nicht, aber ich möchte ja auch nur durchkommen. Und kein Weltrekord hier noch nebenbei aufstellen für irgendwas. Okay. Und das war's. Na komm. Hä? Da kann man bestimmt genug abkürzen. Das war ja sehr verwinkelt jetzt alles. Also wette ich drauf, aber... Und das war eine lockere Leistung. Nicht zu schnell, aber uns hätt's ja auch keiner. Puh. Durchschnaufen. Vielleicht... Gibt's ja... Jetzt gleich... Einen neuen Kometen. Äh, der nicht schwachsinn ist. Wäre cool. Ey, schon wieder. Es gibt's auch gar nicht. Riesel Komet. Scheiße, da kann ich ficken. Ich ficken den Ernst ab. Hallo, könnte man in Wienfällen-Bedingung bitte präzise sein? Danke. Schwimmland. Naja. Die Marinefestung. Ich versuche auch jetzt, so 30 Sternteile einzusammeln, dass wir den nächsten Geheimdings da freischalten können. Vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie ich erst dachte, von wegen Schwimmen und so. Mal schauen. Was habt ihr zu sagen? Das hier war früher mal eine Wasserfestung, genannt Schwimmland. Aber jetzt ist sie verlassen und wir schieben ihr Wache. Komm ins Schwimmland. Hast du das gewusst, wenn du das senkt bleiben, was du zerstörst, steigt der mittlere Turm in die Höhe. Nein, aber ich weiß nicht. Ähm, Falt, nein. Das war die falsche Tasse zum nach unten schwimmen. Wie war das jetzt mit, was für ein Senkblei? Da unten ist irgendwas, will ich das? Ich glaube nicht, dass meine Luft dafür ausreicht. Ey, warte, das ist ein Kugel-Willi. Kugel-Willi-Kugel-Willi-Kugel-Willi. Mach das Ding kaputt. Nein. Komm ich nicht hin. Egal, scheiße, ich muss weg hier. Das geht mir meinen Sauerstoff noch raus. Ja, also es zieht es quasi die Dinger da kaputt zu machen unten. Dann weiß ich doch, warum ich es nicht gemacht habe. Warte, es geht vielleicht. Oder auch nicht. Hallo? Rückwärts. Nein. Das war wohl nix, also muss ich nochmal darunter. Wie gesagt, ich werde es versuchen und wenn es nicht, dann sage ich scheiß drauf. Okay, gibt es shit. So, wo sind jetzt die Kugel-Willis, ja? Da. Zum Beispiel raus. Hat funktioniert. Reicht das schon zum hochkommen? Ich hoffe, nein, 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 falsch, falsch, falsch. Nach oben, nach oben, nach oben. Oh, fuck. Nein. Scheiße. Glück hat's. Okay. 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 Zu den goldenen Schatz tun, dass man die mir jetzt sagen soll. Rückwärts, rückwärts. Rückwärts. Okay. Super. Das Wort, das wir suchen, ist fair. Kannst du dich mit absch- kannst du nicht, kannst du nicht abstoßen, cool. Na komm. Na, stell dich nicht dümmer an als bist, machst du doch was. Ach so, ich bin ja doof. So geht's auch. Okay. Nein, 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 fuck. Okay, zweiter Versuch. Komm, das geht, das geht, das geht. Das kann nicht dein Ernst sein. Was ein dummes Scheißspiel. Nein, 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 komm. Finally, okay. There we fucking go. Könnt ihr bitte aufhören, Sachen auf mich zu spucken? Dankeschön. Manche auch nicht bei euch. Okay. Ich gehöre keine Panikschieben, die sind ja keine ernsten Gegner. Like, for real. Von den Wasserblasen halt ich nicht mal fern. So, was bist du? Du bist einer von denen. Ich wollte nicht mit dir sprechen, aber danke. Wasserdruck spielt verrückt. Kannst du ihn nicht mit diesem Ventil abstellen? Ja, kann ich, klar. Was macht das genau? Ich lasse einen Dingster erscheinen. Oh, der bringt ihn mir drauf. Zweiter Versuch. Alter. Danke. Jetzt aber. Mario, drehe dich. Ich gebe so, ich hatte mehr Angst, dass es alles im Wasser stattfindet. Ich meine, so geht es ja noch irgendwie halbwegs. Ah. Da habe ich nicht gesehen. Ganz toll. Ganz toll, wirklich. Bumba ist dumm. Das kommt mir aber ganz recht. Was haben wir denn hier? Gut, kann ich auch nur brauchen für meine Gourmet-Galaxie da. Das war auch nicht das Beste. Na, wo sind die blauen Frauen? Da oben ist einer. Wo seid ihr? Aber soll ich es riskieren? Oh, fuck. Okay. Ah, der schiebt mich runter. Moment, Moment, Moment. Es fehlen noch ein paar blaue Freunde. Das würde ich nur ungerne so stehen lassen. Ich nehme an, ich brauche die. Ja, nicht oder doch oder was? Ich sehe keine mehr. Ich kann hier aber erstmal... Ach, da oben ist einer. Sehe ich jetzt erst. Cool, 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 cool. Das ist nicht dein Ernst. Nice. Ich finde es gut, wenn die Kamera Schwachsinn ist. Ich schaue jetzt mal links lang. Was habe ich übersehen? Was war hier? Hier war die Fragezeichen des. Genau, nein, nein, nein. Hä? Aber du machst es nicht noch spannender, als es sowieso schon ist. Da! Wie die eine rote Münche, die in Super Mario 64 auf dem Wampfer. Dann ernst? Like, dude, Korea? Fuckin' Bullshit. Lass mich da hoch! Ich will die Münze! Hä? Oh my fucking God. Ähm... Ja, und jetzt, wo ist der... der blaue... Also der blaue Stern, den ich gerade eingesandert habe, zu allen Teilen. Und wieder runter. Ach, ich liebe es. Immerhin kriege ich die dritte Münze jetzt. Wieder volles Leben, ist ja auch cool. Goma, bist du eigentlich dumm? Ja. Nein, ich... Nein, ich bin der Dumme! Wow! Wow! Sehr beruhigend. Ja, wie komm ich jetzt genau da hoch nochmal? Gar nicht. Okay, coole Aussicht. Ich kann mich da... Ach, da drüben. Okay. Autoscroller, wie ich schon... 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 Okay. Na komm... Jetzt hier hoch. Wahrscheinlich... Obwohl ist der Stern über dem... Großen an. Ich meine, das ist ja das ultimative Ziel von diesem... Von dieser Sprungpartie hier. Ja, da ist er doch. Oh nein, oh nein. Fucked! Actually wrecked. Okay, hier stehe ich sicher. Das wird's gut wissen. Was soll ich jetzt hier machen? Drehertacke oder so? Nein. Stammattacke auch nicht. Ich bin so... Wie kann man so dämlich sein? Wahrscheinlich sterbe ich noch und darf alles nochmal machen. Hier ist meine Münze. Irgendwann ungefähr gar nichts. Ja, äh... Sorry, ich verstehe nicht, was ich jetzt tun soll jetzt. Cool. Noch eine Münze. Von dem erst drei Leben kriege ich nicht. Was... Was soll das jetzt? Ja, ich kann keine Drehertacke machen, aber was soll das? Verstehe das nicht. Was soll ich... Was... Was... Das ist doch was mit den Schrauben zu tun, ich bin so dumm. Weil hier... Wo muss ich hin? Stammdreh irgendwas. Was soll ich hier tun? Aaaaaaah. Da komm. Ja, ist egal. Wenn ich... Wenn ich nicht weiß, was zu tun ist, ist das Schwachsinn. Soll mal einer sagen, was die Sache ist, bitte? Ich starte wieder hier, okay. Die machen immer eine Pause. Nach drei. Nee. Ganz toll. Du hast ja einen Hinweis, das wäre ganz nett eigentlich. Ich sag... Ich sag's mal. Jetzt geht das? Das ist Schwachsinn. Was habe ich denn die ganze Zeit gemacht vorhin, hä? Fucking Bullshit, ey. Verarschen hier. Ja, ich hab die Sternteile vergessen, aber ist mir auch egal. Ich kann's mir nicht sagen, dass ich das vorher nicht gemacht habe. Echt nicht.